im winter braucht die haut ein bisschen mehr pflege und in meinem fall muss ich das auch wirklich inzwischen berücksichtigen ich habe mir schaut und heute geht es um die hauptpflege am abend im winter ganz wichtig und natürlich probiere ich auch ständig neue produkte aus um zu zeigen wie die performern nütze ich dieses format hier und ich würde einfach sagen wir legen los nach dem intro hallo ich bin koko vom kanal die kleine koko bei mir geht es um vegane reizfreie richtig gute hautpflege meistens auf dem kanal ich habe noch so ein paar andere themen aber heute möchte ich mal wieder meine neue hauptpflege routine am abend zeigen also eine variante das ändert sich bei mir ständig so ein bisschen aber so die grundzüge bleiben grundsätzlich gleich und die möchte ich euch heute mal zeigen und was ich echt gerne mag ist immer noch die mischung rätseln aus öl mit mandelöl das ist natürlich eine variante die kriegst du nicht so wahnsinnig schnell vom gesicht wenn es runter ist daher ein bisschen aufwendiger aber die reinigung ist halt einfach viel intensiver finde ich ich kann es menschen mit einer trockenen haut vielleicht nicht ganz so empfehlen weil das entzieht der haut schon ein bisschen ja fett würde ich sagen also es reinigt unwahrscheinlich wo muss es echt mal ausprobieren der geschichte mal ein ganzes video gewidmet man glaubt es kaum inzwischen sind sehr gute produkte auf dem markt die man unwahrscheinlich locker und leicht verwenden kann weil sie erstens unparfümiert sind kein mikroplastik intrus haben ich bin hat irgendwann mal auf die reise gegangen habe gesucht und bin dann übergegangen die sache selbst anzumischen und es ist auch relativ günstig bin aber inzwischen auch ganz ehrlich verwende ich produkte da geht es schneller aber das ist dann immer noch eine variante die reinigt unwahrscheinlich gut und das ist halt empfindungssache je nachdem also wenn ich merke so meine haupt braucht es jetzt nicht da mache ich das mal man muss schon immer so ein bisschen abwägen also auch hierzu eine intensive reinigung vom tag oder eher nicht und wenn ich es aber nötig habe dann ist das eine richtig tolle sache und kann das euch echt empfehlen ich werde euch mal die nötigen videos heute zu den produkten die ich vorstelle oder noch vorstellen werde mal unter sie legen und vor allem diese ölcleansing methode ist eine tolle sache als zweiten schritt verwende ich jetzt eine active das ist fest ihre produkt pro breit produkt mit mir jetzt damit ablenen säure und bha das ist eine tolle sache gerade für menschen wie mich unreine haut rose poren als leben sollte wirkt dann noch in der richtung hat pickel male herz beispielsweise dass die hat so ein bisschen ausgeglichen werden und so aber durch das das ist halt wirklich ein produkt wo eine säure enthalten was ich kann es nicht jeden tag verwenden solltest du auch nicht steht auch auf der homepage das ist je nach bedarf der haut anwenden soll es aber ich muss ganz ehrlich sagen ich möchte die säure an sich aus meiner hautpflege routine gar nicht mehr wegdenken auch wenn man es nicht immer machen soll regelmäßigkeit ist da aber definitiv nicht jeden tag immer auf die bedürfnisse der haut gucken das ist ganz 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 wichtig die augencreme hier werde ich noch vorstellen und zwar ist es von alverde eine augencreme ohne duftstoffe also darauf achte ich schon ist sie jetzt ohne gewesen oder dass die mild parfümiert gewesen gab sie war ohne nagelt mich da nicht fest ich werde dir definitiv noch vorstellen die habe ich halt jetzt noch nicht so lange in nutzung mag aber die konsistenz von der creme unwahrscheinlich ich hätte es nicht gedacht vor allem den spender der spender ist nicht schlecht dass ich noch mal zu einem produkt greife was es in der drogerie gibt wirklich hätte ich es wirklich nicht gedacht aber ich komme ich gut damit klar und es wirkt sich auch auf meine augenpartie aus na klar also man sowas anwendet ist man noch ein ticken kritischer zu sich und guckt seine fältchen noch ein bisschen näher aber ich kann es dennoch schon im anfangsstand und wo ich dieses produkt probiere empfehlen gerade leuten die um die augen ein bisschen trockene haut haben gibt es im dm wahnsinnig gut ich habe jetzt eine ganze zeit lang kein gesichtsmasse mehr verwendet aber ich hatte hatten aloe vera konzentrat und das war für die haut auch so dieser frische kick der hat mir die ganze zeit gefehlt ist für mich aber kein muss jetzt lässt sich gerade produkte von der chenya von der inkipédia und sie hat drei produkte und davon habe ich jetzt das gesichtswasser was ich teste ich habe alle drei produkte geholt und sie durchdenkt ihre produkte ja schon sehr und ich bin gespannt was das produkt noch weiter so mit meiner haut anstellt ich teste so was meistens immer grob vier wochen und da kann man erst sagen die haut mags oder die haut mags nicht aber durch dass das hier wirklich nur gute inhaltsstoffe drin sind werde ich das ohne weiteres aufbrauchen das ganze ist nur sechs monate haltbar ich denke also flüssig produkten muss man ja nie ein problem und den spender und die flasche kannst du ja weiter verwenden also ich bin gespannt was ich euch über das produkt berichten kann und für mich dient sowas halt auch um den nächsten schritt also die creme und bessern die haut reinzubringen letzter schritt ist die creme und da variiere ich im moment mit der balea urea creme oder der hier je nachdem wenn ich sehr schuppige haut habe probiert es meistens immer mit der urea creme weil der inhaltsstoff urea hat in der lage ist so was aufzulösen und wenn ich ihr so ein bisschen in richtung gereizte haut gehe dann verwende ich das weil hier sind halt ceramide mit drin und das wird so toll beruhigend auf die haut die ist nicht fertig schwer so wie ich eine nachtcreme im hinterkopf hatte immer überhaupt nicht und ich werde mir denke ich auch wenn wir wirklich teuer das mit 30 euro kriegst halt echt eine riesenmenge werde ich mir denke ich echt nachkaufen weil die ist einfach toll die ist wie ein pflaster du hast du das gefühl wenn du das aufträgst kann man vorher feuchtigkeit auf der haut hat das dann geht die nicht sofort ein aber wenn die eingezogen ist hast du wieso einen schönen gepflegten ich würde nicht sagen film dass das ist wie ab mattiert bei der creme dass das fühlt sich einfach so toll an und sie ist einfach beruhigt die haut und das habe ich bei keiner creme bis jetzt gehabt also sie ist ihre 30 euro definitiv mehr hat allerdings ist sie auch nur sechs monate haltbar und ich muss mich jetzt so ein bisschen an sputen sozusagen dass diese lehr bekommen mit sowas auch nie sparsam sein also wie ihr seht ich habe fast fast alles aufgebraucht aber die ist echt mega gut hätte ich nicht gedacht und so dieses kaufe ich sie mir nach oder glaube ich nicht nachfällt mir gerade so ein bisschen schwer weil ich halt eben auch produkte für euch neue testen möchte aber ich denke ich würde die irgendwann werde ich werde ich mir die wiederholen weil die ist einfach bombastisch gut dazu gibt es ein extra video kann ich euch auch noch und das gelingen ihr guckt heute unter sie da findet ihr ein bisschen was ja und das ist meine hautpflege am abend im winter also eine variante das ein oder andere produkt tausche ich meistens aus wenn es schnell gehen soll dann was ich sogar mein gesicht mit mit waschgel je nachdem also das kommt immer drauf an jetzt würde mich deine routine am abend interessieren schreibt mir die gerne mal unten in die kommentare also welche produkte du verwenden das und was für ein hauttyp du vielleicht bist das würde mich schon auch interessieren gerne ab in die kommentare ich melde mich an der stelle wieder ab bedanke ich bin die fürs einschalten immer noch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst man aber es kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss